Ehemals als Hardware-Sparte von DTS tätig, bieten die Profi-Kino-Spezialisten von DataSat mit der LS10 eine 13.2-Kanal-Vorstufe zum Basispreis von 14.500 Euro an. Die LS10 ist darauf konzipiert, möglichst viel von der hauseigenen Profi-Kino-Kompetenz in ein Consumer-Gerät zu packen und kommt mit aktuellen Video-Features sowie vielen Einstellmöglichkeiten. Gegen Aufpreis kann die LS10 mit einem Auro-3D-Decoder sowie Direct 2 versehen werden. Dank teilmodularem Aufbau sind auch zukünftig Upgrades möglich. Hollywood Zuhause. Heimkino-Genuss in Vollendung. High-End-Profi-Kinotechnik von den ehemaligen DTS-Spezialisten trifft modernen, intelligenten Purismus auf High-End-Niveau für hochklassige Heimkinos. Das ist die DataSat LS10. Von dem Hintergrund, dass die RS20i nicht für jedermann erschwinglich ist, haben sich die DataSat-Ingenieure überlegt. Wir bringen eine Version davon raus, die um ein paar Features abgegrenzt ist, letztendlich aber möglichst dieselbe Klangperformance für deutlich weniger Geld bieten soll. Und dieses Gerät ist dabei rausgekommen. Ein großer Unterschied zu den klassischen Consumer-Vorstufen, den findet man schon auf dem Datenblatt. Nämlich die LS10 beherrscht 13.2-Kanal-Processing. Bedeutet 13 Full-Range-Kanäle, zwei unterschiedliche Subwoofer. Und das sind dann im Detail zwei Kanäle mehr als zum Beispiel die Marans AV8802, die diesbezüglich ja schon die Referenz im Bereich der Consumer-Vorstufen darstellt. Und mit dieser Konstellation hat man dann eben gerade bei sieben Lautsprechern auf Ohrhöhe dann nochmal die Möglichkeit, sich mit 3D-Sound richtig auszutoben, was Dolby Atmos betrifft. Oder Auro 3D, sprich Voice of God oder High Center Channel sind hier eben deutlich mehr Möglichkeiten. Gegeben, generell die LS10 in der aktuellen Version, die gibt es seit April 2016. Die kommt standardmäßig ohne Aufpreis mit Dolby Atmos Decoder. Und in Zukunft dann auch, wenn die Firmware verfügbar ist, kostenfrei, noch DTS-X. Wer Auro 3D möchte, der wird mit dem Gerät ebenfalls glücklich werden. Man muss dafür gar keine Änderung groß vornehmen, sprich Gerät ausbauen oder einschicken, entschwenken Hardware. Das ist genau wie bei Marans. Der einzige Unterschied, hier nimmt das Konto dann doch deutlicher ab als Bar Marans mit dem 150 Euro Upgrade, den hier bezahlt man als Kunde. Satte 3.000 Euro für den Auro 3D-Decoder. Der Grund ist relativ einfach. Wir haben hier viel selbstprogrammierte Software. Es ist mehr Aufwand, hier eine Auro 3D-Implementation zu machen, als es jetzt bei einem Standard-DSP-Prozessor der Fall ist. Außerdem ist es hier schlichtweg so, dass die Entwicklungskosten auf deutlich weniger Geräte umgelegt werden müssen als im Hause D&M. Wenn wir jetzt schon von Prozessoren sprechen, werfen wir gleich mal einen Blick in das Gerät rein. Da stellt man fest, dieser high-endige Purismus-Gedanke springt einem auch schon visuell gleich ins Gesicht. Wir haben hier vorne eine Abtrennung für das Gerätedisplay und generell vom gesamten Schaltungslayout fällt auf, dass die LS10 so konzipiert ist, dass hier immer möglichst kurze Signalwege im Fokus standen. Aus dem Grund ist das Netzteil hier sehr zentral platziert, befindet sich mit auf dem untersten Board. Hier drüben haben wir den Haupt-Drafo und diese zwei Platinen hier beherbergen eine weitere Besonderheit, nämlich mehrere DSP-Prozessoren, auf die die LS10 die verschiedenen Processing-Vorgänge aufteilt, sodass dann hier praktisch jeder Prozessor diskret für zum Beispiel Bassmanagement, Delaymanagement etc. zuständig ist. Und gleichzeitig, weil Datasat diese Prozessoren zum Großteil selbst programmiert, hat man dann eben nicht nur den Vorteil, dass die Filter laut Hersteller wegen der größeren Rechenleistung nicht mehr klangmindernd arbeiten, sondern gleichzeitig eben auch viele zusätzliche Features bieten, was hier in Form von Equalizing möglich ist. Aber darauf gehen wir gleich noch ein. Generell hier noch zum Aufbau. Er ist nicht so vollmodular gestaltet wie bei der großen RS20i. Das heißt, hier kann man jetzt nicht einfach hinten bequem PC-mäßig Steckkarten tauschen, aber auch die LS10 ist teilmodular aufgebaut. Ältere Anwender haben zum Beispiel die Möglichkeit, oben die bislang angebotene HDMI 1.4 Platine durch dieses Derivat zu ersetzen, um dann in den Genuss des aktuellen Standards zu kommen, der bei dieser Version HDMI 2.0 lautet. Ein Eingang, ein Ausgang sind HDCP 2.2 geschaltet. Die Unterstützung für 4.4.4 läuft allerdings nur bis 4K mit 30 Hertz. Man rechnet damit, dass im dritten Quartal auch hier nochmal ein Update in Form einer HDMI-Platine angeboten wird, mehr da dann eben die volle Farbunterabtastung auch bei 60 Hertz geboten wird. Übrigens, das ist relativ gut bei Datasat, man bezahlt hier verhältnismäßig wenig für die Upgrades, also wenn Sie eine ältere LS10 haben und den Wunsch haben, jetzt hier auf HDMI 2.0 abzugraden oder es gibt auch Upgrades für Dolby Atmos, dann können Sie sich sehr gerne an uns wenden. Auro 3D ist ja sowieso kein Thema per Software, wie schon vorhin erwähnt. Es gibt aber noch ein Update für die LS10, was nicht standardmäßig dabei ist. Das kann man sich bei der Bestellung raussuchen oder nachträglich einbauen lassen. Generell für die Updates muss die LS10 ins Werk. Das ist ein Upgrade auf D-Rack 2. Das ist nämlich Hardware und dann hat man die Möglichkeit, die LS10 mit derselben professionellen Raumeinmessung zu nutzen wie bei der RS20i. Im Gegensatz zu anderen Vorstufen bzw. AV-Receivern, die auch mit D-Rack 2 arbeiten, proklamiert der Hersteller auch bei der LS10, dass hier mit der vollen 32-Bit-Auflösung gearbeitet wird, dass intern wesentlich weniger Einwirkungen der Filter auf den Klang zum Einsatz kommen und deswegen D-Rack 2 bei Consumer-Geräten nicht gleichzusetzen ist mit D-Rack 2 auf einer solchen Profimaschine. Man merkt das auch hieran, dass bei der LS10 kein günstiges Einstiegsmikrofon mitgeliefert wird, mit dem die Endanwender selber auf D-Rack losgelassen werden. Hier geht man davon aus, dass der Händler seiner Servicepflicht nachkommt und dem Kunden letztendlich dann D-Rack 2 professionell installiert mit einem originalen Kino-Einwirkus-Mikrofon, so wie wir das auch bei unseren Kunden anbieten. Das generelle Platinenlayout noch in aller Kürze. Unten haben wir die analogen Sektionen inklusive der Wandler für die 13.2 Kanäle. Ein Stockwerk oben drüber, da befinden sich die Audioschnittstellen sowie eben die Steuerungsports und oben thront das HDMI-Board. Gucken wir jetzt gleich mal auf die Rückseite, da haben wir natürlich vom Grundprinzip dasselbe Layout. Hier stellen wir fest, 13.2 XLR ist eine schöne Sache, aber was fehlt, sind analoge Cinch-Ausgänge. Na gut, jetzt kann man natürlich sagen, wer kauft sich so eine Vorstufe und verbindet die dann mit Cinch. Kann man darüber diskutieren, finde ich jetzt nicht so wirklich schlimm. Und wer unbedingt Cinch braucht, der nimmt eben entsprechende Kabel von XLR auf Cinch. Gibt es ja schließlich auch. Die klassischen Audioschnittstellen, zweimal optisch, zweimal Coax, zweimal Serio, ist okay, aber jetzt nicht wirklich großzügig. Da dürfte es einige Anwender geben, bei denen das dann schon ein bisschen zu wenig ist. Was ich hier schmerzlich vermisse, das sind nicht die analogen Videoschnittstellen, die braucht man meiner Einschätzung nach wirklich nicht mehr. Aber es wäre zumindest interessant gewesen, bei einem Gerät, welches so aufgebaut ist wie hier, mit XLR-Ausgängen auch gleichzeitig zwei XLR-Eingänge zu bieten und im Idealfall auch gleich einen AES-EBU-Digital-Eingang. Außerdem noch wünschenswert, das ist ein Digital-Ausgang, den ich zum Beispiel gerne benutze, um D-Box-Systeme anzuschließen. Denn hier gibt es jetzt in keiner Form irgendeinen anderen Ausgang als die XLR-Ports oben. Also da muss man hier ein bisschen basteln, das ist nicht perfekt gelöst. Außerdem, wenn man hier wirklich Kritik auf hohem Niveau übt, es ist schön, dass wir hier auf dem Eleganti-Seitengerät vorne hier dieses Element haben. Aber im Gegensatz zum großen Geschwister-Modell ist das jetzt hier nicht als Klappe ausgeführt, hinter dem man dann hier einen USB-Port entdeckt, wie bei der RS20i, wo man sich Settings speichern kann. Das wäre hier jetzt letztendlich fest ausgeführt und das wäre eigentlich doch eine schöne Sache, um hier noch eine Front-AV-Schnittstelle zu implementieren. Aber gut, gucken wir wieder zurück auf die Rückseite. Wir haben hier einen USB-Port, mit dem man einen PC direkt anschließen kann, um die LS10 als Soundkarte zu nutzen. Generell kann man auch hier mit Hilfe von USB-Sticks Konfiguration speichern und zurückladen. Das ist auch sehr komfortabel. RS232, Trigger etc. kennt man alles von anderen Geräten auch. Netzwerk ebenfalls. Das ist alles nicht für Streaming gedacht, sondern für Steuerung und Firmware-Upgrades. Was mir hier generell sehr positiv wiederum ausfällt, ist die komplette Qualität vom Gehäuse, von den Anschlüssen, in Bezug hier hinten auf die Cinch-Buchsen. Also das ist high-endig ausgeführt und das, obwohl eigentlich Datasat aus dem Profibereich kommt, wo man jetzt nicht so extrem viel Wert darauf legt, dass man ordentliche Cinch-Buchsen verwendet. Im Gegensatz zur RS20i, und da merkt man, dass dieses Teil dann schon so mit einem Fuß in der Consumer-Ecke steht, haben wir hier jetzt auch ein Infrarot-Fenster. Die Fernbedienung gewinnt zwar jetzt nicht wirklich einen Schönheitspreis, aber es ist immerhin eine dabei, mit der man dann das Gerät relativ einfach steuern kann. Sprich, es ist dann auch möglich, hier zum Beispiel mit einer Logitech Harmony die LS10 zu bedienen, was hier mit einer RS20 gar nicht erst geht, denn die funktioniert ausschließlich per Haussteuerung, über Netzwerk, über VNC oder über RS232. Also, VNC ist ein gutes Stichwort, denn auch die LS10 ist dafür gemacht, dass man die komplette Profi-Konfiguration per Fernwartungssoftware VNC über einen PC vornimmt, geht aber letztendlich auch über Tablets. Man kann dann letztendlich nicht nur das einstellen, was hier über das Touchscreen möglich ist. Das Touchscreen wirkt so ein bisschen wie so ein kleines Mäusekino, ist nicht ganz so riesig wie bei NAD oder Rotel und auch die RS20 hat ein größeres Display, aber es ist eigentlich vom Prinzip gar nicht mal so schlecht, dass man hier vorne die ganze Alltagsbedienung vornehmen kann und die ganze professionelle Konfiguration, die erfolgt dann eben über die Software, wo es dann richtig interessant wird, denn die LS10 hat zunächst mal einen voll parametrisierbaren Equalizer für jeden Kanal. Also hier kann ich letztendlich in Bezug auf Filtergüte, auf Feineinstellung mich völlig austoben, habe so gut wie keine Limitierung und das ist schon mal ein ganz wesentlicher Vorteil, gerade auch bei der Subwoofer-Abstimmung, die die LS10 hier gegenüber den Consumer-Geräten mitbringt. Das Ganze geht noch weiter, denn wenn wir uns mal hier in das Bassmanagement reinklicken, stellt man fest, das ist auch hier eine andere Liga. Sprich, ich kann zunächst mal die Einsatzfrequenz wesentlich genauer definieren als bei den meisten Geräten und vor allen Dingen auch die Trennfrequenzen, mit denen dann eben eine viel feinfältigere Abstimmung gerade zwischen High-End-Satelliten und Subwoofer möglich ist und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt für Timing, für Präzision, für Durchhörbarkeit, wo dann die LS10 uns völlig neue Möglichkeiten eröffnet und sozusagen den Einstieg in die professionelle Welt darstellt. Auch die anderen Einstellungsoptionen sind sehr feinfältig, sehr vielfältig. Ich kann die EQs auch dementsprechend hin und her kopieren und hier dann eben verschiedene Konstellationen sehr schön abbilden. Jetzt werden Sie sicherlich viele fragen, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen der LS10 und hier drüben der RS20? Relativ einfach. Die RS20i hat den vollmodularen Aufbau. Außerdem gibt es keine digitale Frequenzweichenfunktion in der LS10. Wir haben hier bei der RS20i standardmäßig 16 Processingkanäle, 16 Ausgangskanäle und die Ausgangskanäle kann ich hier auf bis zu 32 hochstocken und hier haben wir eben die 13.2 Kanäle und da ist Ende. Ansonsten gibt es hier noch einige Klangregler zusätzlich, wie zum Beispiel den Drittel-Oktav-Equalizer, aber vom Grundansatz her das Basis-Decoding, der Bassmanager, der Parametrie-Equalizer, das ist durchaus vergleichbar zwischen beiden Geräten und in 80% der Fälle reicht die LS10 von der Funktionalität aus, während beide Geräten ansonsten durch den ähnlichen Aufbau dieselbe Abstimmung dann sehr ähnlich spielen. Also viele Anwender bräuchten gar nicht mal unbedingt die große RS20i, die ja auch Nachteile mit sich bringt, weniger Eingänge, komplizierter bei der Steuerung, sprich keine Infrarot-Fernbedienung und die sollten dann eigentlich mal in Erwägung ziehen, mit der LS10 eventuell glücklich zu werden. Von den Features her gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Wie schon erwähnt, kein Streaming. Wir haben auch hier bei den Video-Features nicht allzu viel zu bieten. Die zwei HDMI-Ausgänge, die sind parallel geschaltet, damit man eben verschiedene Displays, Schrägstrich-Projektoren gleichzeitig anschließen kann. Ein On-Screen-Menü gibt es hier nicht und man beschränkt sich hier auch bei den ganzen Dekodern auf das, was man wirklich braucht, sprich 3D-Sound, HD-Tonformat, Stereo, aber darüber hinaus gibt es hier nicht nochmal allzu viel. Auch das ist jetzt keine Vorstufe, die den Anwender mit sehr vielen verschiedenen DSP-Simulationen hier probiert für sich zu gewinnen. Ja, soviel in aller Kürze zur LS10. Hier nochmal alle wichtigen technischen Daten in der Zusammenfassung. Die Data-Sat LS10 ist wahrscheinlich nicht so der Kandidat für Liebe auf den ersten Blick, sondern offenbart seine Qualitäten dann eher bei näherem Kennenlernen. Das liegt an was ganz Einfachem. Wenn man zunächst mal das Gerät kauft, aus dem Karton auspackt und mit dem Wissen im Hinterkopf, dass man hier über 10.000 Euro ausgegeben hat, dann einfach mal in die Anlage anschließt und sofort auf Play drückt und sich hier die ganzen Filme mal reinzieht, stellt man fest, sehr hohes Niveau bei der generellen Klangqualität, neutrale Spielweise, aber wir liegen hier ungefähr auf dem Niveau einer Rotary oder einer NAD M17 HD, was wirklich sehr gut ist. Aber wer jetzt hier erwartet, dass das Teil schon out of the box jene Geräte praktisch überperformt, der wird sich so ein bisschen, ja nicht unbedingt wundern, aber man wünscht sich dann halt einfach doch, dass man für das Geld ein Gerät kriegt, welches gleich aus dem Karton heraus dann noch ein bisschen mehr begeistert. Also wir sind hier rein vom Grundklang nicht ganz auf dem Niveau einer Bryston SP3, die dann eben gerade im Mittelhochtonbereich noch ein bisschen feiner, gerade Sprachakzentuierungen rausarbeitet. Aber wir reden jetzt ja vom Standardklang und jetzt ist es ganz wichtig, bei einer Datasat LS10 zu wissen, wir sind nicht mehr im Consumer-Bereich und haben deswegen hier durch viele selbstprogrammierte Software-Routinen und eine andere DSP-Struktur komplett andere Möglichkeiten, den Klang anzupassen. Im Endeffekt haben wir hier dadurch zwei Vorteile mit der LS10. Einerseits können wir das Gerät grundsätzlich durch die zur Verfügung stehenden Setup-Möglichkeiten perfekt anpassen an den Raum und zum anderen haben wir bei diesen Rechenoperationen keinen, zumindest für mich, hörbaren Klangverlust. Also anders als jetzt eben bei diversen Consumer-Geräten, die hier mit anderen Soft- und Hardware-Lösungen arbeiten. So, und das führt jetzt dazu, dass wir praktisch dieses Klangniveau, was wir jetzt haben von einer Rotel oder von einer NAD-Vorstufe, eben jetzt erhalten können, aber eben viele Raum- oder Lautsprecher-Effekte oder teilweise ist es auch wirklich Sitzplatz bezogen, was man an Trönfrequenzen hat, eben rauskriegen und auf diese Weise das System perfekt neutral einstellen können. Wobei gut, perfekt ist nichts auf der Welt, aber wirklich annähernd perfekt einstellen können. Und das habe ich zum Beispiel damit überprüft, dass ich mit den Filmen non-stop mit der LS10 anschaue, wenn ich die bei unseren Kunden einrichte, denn ich habe die Möglichkeit, weil wir das Post-Production-Studio supporten mit unseren Leinwänden und unserem Leinwandtuch BS65K. Dort wurde dieser Film produziert und ich habe die Möglichkeit, diesen Film dort zu hören. Also habe ihn schon ein paar Mal gehört, ist immer wieder interessant, dort mal wirklich die Referenz mit der originalen Quelle zu haben, um zu wissen, wie muss denn ein Film überhaupt spielen in unserem Heimkino, damit er jetzt wirklich dem entspricht, wie es eigentlich wirklich auf der Blu-Ray ist und nicht so, wie man es nur denkt, dass es richtig ist. Und ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass es drei Bereiche gibt, wo typischerweise ein Heimkino ganz bewusst anders abgestimmt ist, als jetzt eigentlich der richtige Klang, der auf der Scheibe drauf ist. Punkt eins, Subwoofer, meistens überpegelt. Punkt zwei, Rear Speaker, genau das Gleiche. Man möchte mehr Räumlichkeit haben, meistens aus dem Grund, dass eben der Raum hinten nicht homogen zur vorderen Raumakustik gehalten ist und wir deswegen hinten den Wunsch haben, noch ein bisschen mehr zu hören. Und der dritte und für mich schwerwiegendste Punkt ist das Thema Center. Die allermeisten Heimkinos haben einen Center Speaker, der unter der Leinwand ist und das führt dazu, dass man einfach durch die bodennahe Aufstellung eine Betonung der unteren Mitteltonfrequenzen haben und dadurch automatisch eine ganz andere Sprachfärbung. Also von der Tendenz klingt alles ein bisschen dumpfer und ein bisschen fetter, was allerdings falsch ist. Das kann man auch messtechnisch einfach nachprüfen oder noch viel einfacher, wenn Sie sich mal auf Ihren Sitzplatz setzen und mal eine andere Person aus der Mitte vom Raum sprechen lassen und dann auf Center Speaker Höhe werden Sie im Normalfall feststellen, dass es einfach ein Tickchen fetter und indifferenzierter klingt. Und während ich die ersten zwei Punkte bei fast allen Vorstufen irgendwie in den Griff kriegen kann, sofern ich möchte, es gibt ja Leute, die mögen einen angehobenen Bass oder ein bisschen mehr Prägnanz in den Rears, aber gerade beim Center Speaker, da werden sehr viele Feinheiten von der gesamten Wiedergabe vorgegeben, praktisch die gesamte Klangfärbung und somit auch die emotionale Brücke zum Geschehen. Denn wenn ich die Sprache als topfig, dosig oder aufgedunsen erachte, dann fände es mir persönlich schwer, den Film akustisch richtig nah an mich ranzulassen. Und genau an dem Punkt, da kommt die LS10 ins Spiel, wo ich jetzt manuell selber prüfen und einstellen kann, wie zum Beispiel jetzt bei einem Center Speaker das Subwoofer möglichst ideal angekoppelt wird, mit welcher Flankensteilheit, sodass wir hier im Übergangsbereich keine Auslöschungen oder Überbetonungen haben. Und gerade bei Männerstimmen, die ja teilweise bis weit unter 100 Hertz vom Sprachspektrum reichen, ist das ein ganz wichtiger Punkt, um eben dann hier die richtige Klangqualität zu erreichen, wie sie auch im Kino herrscht. Dann kann man natürlich auch den Center selbst in den höheren Frequenzen durch die Equalizer ebenfalls, nicht unbedingt gerade bügeln, das klingt so negativ, aber intelligent an die Begebenheiten hier anpassen. Hier zum Beispiel in dem Raum mit dem CT700, da macht es absolut Sinn, im unteren Mitteltonbereich noch mal ein bisschen was rauszunehmen bei bestimmten Frequenzen und hat dadurch automatisch wesentlich ausgeglichenere Klangfärbungen und eben auch mehr Präzision. Und das ist das, was die LS10 mitbringt. Das Gleiche gilt natürlich auch für die ganzen anderen Kanäle. Und da kann ich in der Summe sagen, wenn ich dann mit der LS10 den Film nonstop hier anschaue, finde ich zum Beispiel gerade die Anfangssequenz interessant, als sich der Sky Marshal mit seiner Nebensitzerin unterhält über sein Kind und seine Angst vor dem Fliegen und was auch immer, dann merkt man hier wirklich, wie tief strukturiert die LS10 das Ganze umsetzt. Wir haben dabei keinen Verlust an Präzision, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, die ganzen kleinen Geräusche, was weiß ich, die Anschnallgeräusche oder wie die Klappen im Hintergrund einfahren. Das hört man alles extrem gut raus. und die Sprachprofile klingen genau so, beziehungsweise man kann sie so abstimmen, dass sie genau so von der Tonalität spielen, wie eben in dem Post-Production-Studio, wo es aufgenommen wurde. Was ich jetzt in diesem Kino weder mit, oder andersrum formuliert, was ich jetzt hier mit keiner Consumer-Vorstufe in diesem Maße erreichen kann. Auch wenn ich Glück habe und Odyssey halbwegs in die Richtung geht, wie ich es jetzt vielleicht haben möchte, was ich jetzt hier noch nicht erlebt habe, würde es trotzdem wegen dem Klangfilter nicht dieses Klangniveau erreichen. Und da ist dann der Punkt, wo man sich als versierter Anwender wirklich mit einer Datasat LS10 richtig anfreundet und feststellt, dass man damit einen komplett anderen Weg beschreitet, als eben mit Denon, Marantz und Co. Egal, ob es jetzt AV-Receiver oder Vorstufen sind. Interessant ist in dem Zusammenhang dann übrigens auch, wenn man sich mal Titel anschaut, nachdem die Anlage perfekt eingemessen ist, die man vielleicht früher irgendwann mal gesehen hat, die man so ein bisschen aus dem Kopf hat. Ich finde das immer interessant, eben auch mal ganz alte Titel, also bei mir zum Beispiel hat es richtig angefangen mit Armageddon oder was habe ich jetzt hier angeschaut, Matrix. Matrix Teil 1 auf Blu-ray. Da stellt man zwar fest, dass es wirklich eine Schande ist, dass die keine bessere Bildqualität abliefern bei der Umsetzung, aber wenn man sich damit jetzt dann zum Beispiel noch mal die Szene auf dem Hochhausdach anschaut, die legendäre Szene, wo die sich dann gegenseitig hier beschießen und schnell ausweichen, da ist es wirklich interessant zu sehen, wie viel mehr Detailreichtum man mittlerweile mit den modernen Decodern bekommt im Vergleich zu früher, aber wie viel Dynamik jetzt geboten wird, obwohl es tonal wesentlich ausgeglichener klingt als das, was man damals kennt. aber ein Stück weit ist das natürlich Äpfel mit Birn verglichen. Das letzte Mal, als ich Matrix geguckt habe, da hatte ich ein ganz anderes System, aber es ist eben mal interessant zu sehen, wie eine gut eingestellte Vorstufe mit einem richtigen Setup, mit guter Raumakustik, alte Titel, auch nochmal richtig aufleben lässt. Und gerade Matrix ist ja ziemlich anspruchsvoll, weil Teile der Schüsse nur von den Rear-Speakern oder hauptsächlich von den Rear-Speakern wiedergegeben werden, dann wechselt die Kameraperspektive wieder, dann kommt es von vorne und da kann man auch die Kanal-Homogenität wie eben auch die Dynamik sehr gut testen. Ein anderes Beispiel wäre der Titel Underworld, gerade der erste Teil, in der Szene, wo der Victor erweckt wirkt. Victor erweckt wird, was für ein Zungenbrecher. Und der ganze Film hat vom Grundprinzip eine relativ harte Akustik. Also die sprechen überwiegend in großen, gefließten Hallen und auch so die dramaturgischen Effekte, das ganze Klicken, wenn da irgendwo einer entlangläuft, das ist alles jetzt nicht so auf einen weichen Sound ausgelegt, sondern immer ziemlich prägnant, so hochtonreich. Und da merkt man jetzt auch hier, wenn man die LS10 richtig eingestellt hat, dass man bei dem Film den eigentlichen Charakter perfekt umsetzen kann, ohne dass der Film dann irgendwie anfängt, ins Aggressive zu kippen, beziehungsweise ein bisschen, ich sage jetzt mal, weich gezeichnet wird, wie vielleicht mit der einen oder anderen Consumer-Vorstufe. Die Marantz zum Beispiel wäre da ein Beispiel. Die kriegt dieses Harte nicht so wirklich perfekt hin. Während eine Rotel 1582 mit bestimmten Lautsprechern dann dazu neigt, den Film ein bisschen überhart zu präsentieren, was dann auffällt, wenn in dem Film eine der relativ vielen Spracheinlagen aus dem Off eingearbeitet wird, der dann wiederum ein bisschen wärmer klingen soll, den Zuschauer ein bisschen direkter ansprechen. Das gelingt dann den Geräten nicht so gut und da ist eine LS10 eben besser ausbalanciert. Was man jetzt natürlich auch noch berücksichtigen muss, all das, was ich gerade eben anhand von Filmbeispielen erwähnt habe, gilt genauso auch für Musik, ganz speziell für Konzerte. Da habe ich natürlich dann auch den Vorteil, dass es natürlicher klingt, dass wir vom Timing her exakter arbeiten können, während andererseits die reine Stereo-Performance auch profitieren kann von Equalizing. Wer jetzt jedoch sehr puristisch unterwegs ist, was ich absolut nachvollziehen kann, wer sagt, ich habe schöne Standortsprecher, ich möchte die hören, wie es ist und bei Musik, bei Stereo ist es ja auch ein Stückchen so, meiner Erfahrung nach, dass ein Raum durchaus lebendiger sein soll, dass man jetzt nicht mit Processing-Möglichkeiten hier so viel arbeiten möchte, sondern eher am Original-Klang dranbleiben möchte, was von der CD kommt und halt einfach den Raum auch hören möchte, den man hat. Da ist eine LS10 sehr gut, aber keineswegs besser als eine Rotel 1582, die halt hier nochmal ein bisschen mehr auf Stereo ausgelegt ist und vielleicht die ein oder andere Nuance nochmal ein bisschen besser rausschält. Also da muss man natürlich dann auch wissen, eben ob man jetzt eine reine Heimkinomaschine haben möchte, die Stereo sehr gut kann oder ob man so ein bisschen den umgekehrten Weg gehen möchte, ein exzellentes Stereogerät, welches Heimkino sehr ordentlich mitmacht. Das ist auch nochmal ein, ich sage jetzt mal, grundlegender, konzeptioneller Unterschied zwischen den beiden. Generell zur LS10, sie war recht betriebssicher in meinen Tests, kann es sein, dass man hin und wieder mal kurz einen Eingang umschalten muss, so ich sage jetzt mal alle 50 Male, wenn er irgendeinen Stream nicht sofort erkennt oder dass man das Gerät nochmal neu starten muss, einmal im Monat vielleicht, aber das halte ich jetzt für vertretbar. Den einen oder anderen wird sicherlich ein bisschen im Magen liegen, dass es leider doch keine silbernen Versionen gibt, die gerade im Wohnzimmer interessant wären. Ich persönlich als Datasat-Distributeur vermisse natürlich, dass es keine kleine, passende Mehrkanal-Einstufe gibt. Die große werde ich nachher nochmal kurz vorstellen, wenn es um die RS20 geht, passt aber nicht in Wohnzimmer rein und wäre einfach auch preislich ein bisschen überkandidelt für eine LS10. Ja, wie schon erwähnt, Alltagsbedienung soweit okay, wenngleich ich sagen muss, die Fernbedienung entspricht eigentlich nicht dem Status von dem Gerät, ist eher so eine Art funktionelle Dreingabe als jetzt hier wirklich High-End-Zubehör. Aber es kommt auf den Klang an und was das betrifft, muss man ganz klar sagen, mit der Datasat LS10 bekommt man ein Eintrittsticket in die nächsthöhere Klasse. Was Heimkino betrifft, wenn, und das ist ebenfalls extrem wichtig, wie bei jeder Vorstufe erwähne ich das jetzt, wenn das Konzept zu dieser Vorstufe passt. Das heißt andersrum, wenn man fünf Full-Range-Lautsprecher in Kreisaufstellungen um sich herum aufstellt, eine extrem hochwertige Raumakustik hat und jetzt gar nicht so in der Situation ist, dass man unbedingt hier sehr viel mit Equalizing oder Processing arbeiten möchte, wenn man das ganze Konzept darauf ausgelegt hat, in diese Richtung nichts zu machen, dann kann zum Beispiel eine Bryston SP3 ebenfalls eine interessante Alternative sein, während eben eine LS10 gerade dann interessant ist, wenn man unterschiedliche Lautsprecher oder in, ich sage jetzt mal, herausfordernden Räumen, gerade Wohnräume fallen mir da ein, wenn man hier eben dann den Wunsch hat, alles auf professionelle Weise bestmöglichst aneinander anzugleichen. Wenn Sie Interesse haben an solch einer Vorstufe aus dem Profibereich, dann bieten wir in ganz Deutschland die Möglichkeit an, dass einer unserer Techniker oder ich selbst, je nachdem, wie es gerade zeitlich passt und örtlich zu Ihnen komme mit dem Gerät. Das wird professionell vor Ort kalibriert, dass Sie wirklich jetzt nicht nur mal ganz kurz das Gerät kennenlernen, sondern wirklich, dass es einmal perfekt bei Ihnen migriert wird und Sie es dann in Ruhe mal für zwei, drei Stunden auch wirklich hören können. Also gerne gehen wir dann mal in der Zeit was essen, sodass Sie in Ruhe mal einen Film anschauen können. Meiner Meinung nach ist nur das der richtige Weg, eben festzustellen, inwiefern eine Vorstufe Ihr Heimkino nochmal weiterbringt. Natürlich können wir das nicht umsonst machen. Wir müssen das selektieren. Das würde sonst einfach nicht funktionieren und wir wären dann zum Schluss irgendwie so eine Art Gratis-Wanderzirkus für hochwertige Heimkino-Komponenten. Wir nehmen eine Schutzgebühr von 1.000 Euro, damit wir wirklich sicherstellen, nur ernsthaft Interessierte dann auch zu besuchen und das wird dann komplett beim Kauf, egal welcher Vorstufe, angerechnet, sodass Sie dann unterm Strich letztendlich von uns grundsätzlich bei jedem Gerät einen Gratis-Vor-Ort-Besuch haben, bei dem wir dann im Vorfeld eben die perfekten Einstellungen ermitteln und sicherstellen, dass Sie auch wirklich das richtige Gerät bekommen. Gut, soviel dazu. Die LS10, wenn ich hier mal das Thema Preis ein bisschen ausklammer, verbindet beides auf eine gute Weise miteinander. Sie nimmt von der Consumer-Welt den großen Vorteil mit, dass wir eine große Anschlussvielfalt haben, eine eingängige Bedienung und eine, ich sage jetzt mal, wohnzimmertaugliche, adrette Optik ohne aktiv laufende Lüfter. Aus der Profi-Welt kommt hingegen die Einstellbarkeit, der komplette Aufbau vom Gerät, die großen Processing-Möglichkeiten und klanglich ist die LS10 meiner Ansicht nach zwar natürlich eher im analytischen Bereich, aber das muss ja nichts Negatives sein, wenn sie sehr präzise ist, wenn sie genau abbildet. Denn letztendlich kann ich sie dann über die Klangräder sowieso noch mal fein einstellen, wo sie halt dann einfach im Vergleich zu anderen Geräten hier so gut wie keinen Klang-Einbußen zu verzeichnen hat. Also sie ist klanglich definitiv deutlich näher hier an den beiden großen Vorstufen dran als an den Consumer-Geräten und ist deswegen auch aktuell das, ich will nicht sagen Basisgerät, aber zumindest mal die meistverkaufste Vorstufe bei uns, wenn wir Heimkinos installieren. Ich will nicht das Wort Standard in den Mund nehmen, das wäre bei dem Preis, der natürlich trotz allem relativ deftig ist, ein bisschen übertrieben formuliert, aber sie ist schon wirklich sehr beliebt und für mich persönlich auch so ein bisschen der gefühlte quasi Nachfolger der Audio-Net-Map-File 2 eben wegen zum einen der Klangausrichtung, aber auch der Möglichkeit hier auf, ich sage jetzt mal, consumer-orientiertem Niveau doch sehr viel einstellen zu können. Wenn es dahingehend Fragen gibt, Sie Wünsche an uns haben, was eben Ihr Heimkino betrifft oder Komplettheimkino, dann freuen wir uns natürlich über Ihre Kontaktaufnahme und wenn vielleicht dann auch mal der Wunsch besteht, dass wir Ihnen mal so ein Gerät nach Hause bringen, kann es ja durchaus sein, dass auch ich mal bei Ihnen in Ihrem Heimkino stehe oder in Ihrem Wohnzimmer. Ansonsten freue ich mich, wenn ich demnächst wieder auf Ihrem Monitor erscheinen darf und bedanke mich für Ihr Interesse an dem Video. Tschüss!